Holt ihr jetzt das Abo. MySports, das ist Hocker. Wir freuen uns auf diese Partie. Los geht's. Der HCD gewohnt in den dunklen Trikots zu Hause. Samuel Walser mit dem Tor. Das ist Andro Eschliemann. Wie ist das passiert? Scheibe geht tief. Dann bleibt die Scheibe liegen. Was für ein Fehler. Von Michael Fora. Und dann sieht Eschliemann natürlich auch nicht gut aus. Und zwei solche Fehler. War er der Matchwinner. Für Gauteron. Und auch hier hält er dicht. Aufgepasst. Zwei gegen ein Situation, wenn es schnell geht. Aber Gauteron hat da den Abstand. Tor. HCD. Und Michael Fora macht seinen HCD. in der Saison 23-24. Aber der Ablenker vor dem Tor. Wahrscheinlich entscheidend von Chris Ackley. Nächste Möglichkeit. Er, der in der letzten Saison 25 Tore geschossen hat, am zweitmeisten in der Liga, trifft hier zum ersten Mal nach wunderbarer Vorarbeit. Valentin Nussbaumer hat hier das Auge und vor allem hat er das Timing. Laufen die letzten Sekunden der Strafe. Priestet. Scheibe liegt frei. Viel Verkehr vor dem Tor. Scheibe im Tor drin. Schiedsrichter entscheidet da auf Tor. Jubeln die Davoser über den dritten Treffer. Hier noch einmal. Scheibe liegt da immer noch frei. Ja, alles korrekt. Da sehe ich. Kein Foulspiel. Scheibe liegt da frei. Aber ich weiss nicht, wer zuletzt dran war. Da kam auf. Aufgepasst. Da kommt die Chance für Bergschi. Und er lässt sich diese... Hingekriegt. Gonderson mit dem genialen Zuspiel genau im richtigen Moment. Und da hat sich die Davoser Verteidigung überraschen lassen. Sollte so nicht passieren. Wird abgeholt. Die Davoser wieder zu viert. Was für eine Chance. Und da ist das Tor. Heute kommt das erste Tor dazu. Ja, über Umwege. Kommt die Scheibe zu Di Domenico. Was Gotteron einmal mehr unter Beweis stellt, ist, dass sie auch einen Rückstand aufholen können. Aufgepasst. Söhrensen, Tor! Doppelschlag, Gotteron, das gibt. Der Fehler an der blauen Linie. Das tut besonders weh. Ja, das tut besonders weh. Ja, und es ist Christian Nacuvin. Er, der neu... Er gewinnt die Partie für Gotteron mit diesem Big, Big Safe. Wow! Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hocka.